Herzlich willkommen zu einem neuen astrologischen Video. Und heute beschäftigen wir uns mit der drohenden Internetapokalypse. Jedenfalls warnt die NASA davor. Ich habe es hier am Handyfeed nochmal. Also die NASA warnt vor einer drohenden Internetapokalypse. Und die soll sich so auswirken, dass das Internet für Monate womöglich lahmgelegt wird. Und zwar aufgrund von Sonnenstürmen. Die werden immer heftiger. Die NASA beobachtet das und blickt eben mit Sorge da auf unsere technologische Infrastruktur und eben auch auf die Gefahren, wenn das lahmgelegt wird. Und ich schaue mir dieses Thema heute astrologisch an. Und das kann man anhand eines Stundenhoroskops machen. Und so ein Stundenhoroskop kannst du dir vorstellen, du schaust dir, ist ja Ur-Astrologie eigentlich, du schaust dir die Zeitqualität an, wenn du mit einem Thema in Berührung kommst. Das heißt, wenn du in Berührung kommst mit einem gewissen Ereignis, einem gewissen Thema, kannst du auf diese Zeit, auf diesen Zeitpunkt ein Horoskop machen. Und ich habe da eben den Bildschirm abfotografiert, dass ich wusste, Datum, Zeit, wann kam ich mit dieser Meldung in Berührung. Und kann man da vielleicht die Qualität dieses Themas astrologisch rauslesen? Und vielleicht auch die Relevanz dieses Themas. Also wie ernst ist das momentan? Und da habe ich ein spannendes Stundenhoroskop für dich erstellt. Also schauen wir gleich mal rein zur Internetapokalypse. Du siehst, wir haben hier bei dem Horoskop einen Jungfrauen-Ascendenten. Und Jungfrau-Ascendent, also das ist so, der Ascendent beschreibt so das Thema eines Horoskops. Und Jungfrau bedeutet ja einfach, es geht da um Forschung, es geht um Analyse, also es geht um eine Präzision. Also das Thema ist also so forschen, analysieren, es wird also was analysiert. Das ist also so auch das Thema des ersten Hauses quasi. Also da will etwas analysiert werden, da geht es um eine ganz konkrete Energie einer Forschung, einer Analyse. Also man sieht schon am Ascendenten, spannend, das würde sich ja decken, wenn die NASA forscht. Und jetzt schauen wir mal, wo wird denn da geforscht? Und da schaut man sich dann den Herrscher des Prinzips Jungfrau an. Und das ist der Merkur. Und der Merkur steht oder stand zum Zeitpunkt dieses Stundenhoroskops im neunten Haus, im neunten Haus, im Zwilling. Das heißt, es geht einmal, es ist ein zwillinghafter, es ist ein zwillinghafter Merkur, das heißt, um was geht es da? Kommunikation, Austausch, verbinden, sich verbinden auch. Also es geht also Forschung über Verbindung, über Kommunikation und das im neunten Haus. Und wenn wir uns das neunte Haus anschauen, das ist ein stieriges Haus, ein Stierhaus. Also da geht es auch um ganz konkrete Strukturen, um irdische Strukturen. Und da es eben jetzt neuntes Haus ist, das ist das neunte Haus, das ist Schützehaus, das heißt, das ist auch das über die Grenzen hinausgehende. Das heißt, es geht um eine Forschung, die sich mit Kommunikation beschäftigt, die über die Grenzen, über irdische Grenzen vielleicht hinausgeht. Und die auch weiter womöglich als die Erde geht. Da könnte man dann auch den Uranus, der gerade im Stier steht, hast du sicher schon in Videos bei mir gehört, auch so deuten. Das ist eben so diese grenzenlose Kommunikation. Und da haben wir jetzt eben schon eindeutige, so astrologische Hinweise, um was es denn da geht. Also wir haben jetzt nur uns angeschaut im Thema. Du musst dir das mal vorstellen. Wir haben uns jetzt nur einen Punkt angeschaut. Wir haben uns nur den Aszendenten angeschaut, also den Jungfrauen-Aszendenten in diesem Horoskop und den dazugehörigen Herrscher, dass wir schon mal eine Grundqualität, ein Grundthema des Horoskops herausfinden können. Also Forschung, Kommunikation, über die Grenzen hinausgehende Kommunikation. Und jetzt schauen wir da noch genauer rein, was der Merkur denn für Aspekte drauf hat. Und der hat da ein Quintil zum Mars hin. Das heißt, da geht es auch irgendwie um, womöglich um gewisse Unfälle, um gewisse Energien, die da hinkommen. Also es geht da um, Merkur kriegt eine Energie vom Mars. Und wo steht der Mars? Und das ist für mich so astrologischer Zucker. Der steht so im elften Haus im Zeichen Löwe. Und Löwe ist ja auch das Heimathaus der Sonne. Also Energie vom Löwen, von der Sonnenenergie her, geht auf den Mars rauf. Und da hast du mit diesen Punkten schon einmal ganz tief, bist du schon tiefer in das Thema eingetaucht. Und das finde ich halt einmal schon spannend. Und wenn wir dann noch weiterschauen, es gibt ein Trigon zu Pluto, der gerade rückläufig war zu diesem Zeitpunkt, oder rückläufig ist auch noch. Und der Pluto steht ja schon wieder im Steinbock. Das heißt, da geht es noch einmal um Transformation von Grenzen, von Strukturen, aus dem Wassermann zurücklaufend. Also das heißt, das ist womöglich so eine Transformation, auch dieses Luftigen der Kommunikation, die da eingeschränkt wird. Also Pluto in Steinbock ist ja auch eine Einschränkung. Und die bildet da jetzt zwar ein Trigon, das heißt, das ist jetzt nicht mega belastend, aber hat ein Trigon auf den Merkur rauf. Also da sieht man schon, da ist ein Einfluss, eine Einschränkung auf die Kommunikation. Und das sieht man alleine schon, wenn man diese beiden Punkte sich im Horoskop anschaut und betrachtet. Naja, was noch drauf ist, auf dem Merkur ist, haben wir hier ein Sextil von Neptun. Und Neptun ist ja in den Fischen im siebten Haus. Das heißt, noch einmal, Neptun, siebtes Haus, heißt ja auch, das ist das Begegnen, das ist der Austausch, das ist das Waagehaus, also das Begegnen von Ideen, das Begegnen von Menschen. Und da ist Neptun, das ist die Auflösung von Begegnungen mit Ideen oder Menschen. Und auch das spielt da mit. Das heißt, an diesem Punkt können wir schon festmachen, astrologisch, wenn man sich tiefer damit beschäftigt, um was es da geht, vor was da gewarnt wird. Also das ist die Auflösung des Internets. Also ich finde das schon sehr cool, was man da so alleine aus diesem Punkt schon astrologisch rauslesen kann. Und jetzt kann man natürlich sagen, naja gut, jetzt weiß er ja, okay, da geht es jetzt um einen Sonnensturm, da geht es um Forschung. Ja, natürlich. Aber die Grundqualität muss ja enthalten sein. Das heißt, wenn du diese Grundqualität mal deuten kannst, deuten lernen kannst, dann kannst du auch astrologisch ganz anders die Welt betrachten. Und das werden wir auch sehen. Ich werde jetzt demnächst mal ein Video über Astromedizin machen. Also wenn man diese Qualitäten deuten lernt, dann kann man da ganz anders die Welt wahrnehmen. Dann kann man Zusammenhänge ganz anders wahrnehmen. Aber schauen wir mal, ob wir in diesem Horoskop noch etwas finden. Also wir haben ja jetzt nur mal den Merkur und die Jungfrau uns angeschaut. Und wir sehen, der Merkur ist ja da durchaus bestrahlt, belastet. Und dann schauen wir weiter zur Sonne. Und die Sonne ist ja das Ding, wo quasi, wo spielt sich denn dieses Thema ab? Wo wird dieses Thema zum Ausdruck gebracht? Also wir haben dieses Forschungsthema, womöglich Einschränkung der Forschung, Einschränkung einer Kommunikation. Also es ist die Forschung zur Einschränkung der Kommunikation. Forschung zur Einschränkung der globalen Kommunikation. Sagen wir mal so. Und wo spielt sich das ab? Wo wird denn das dann flagend? Und da schauen wir uns die Sonne an. Und die Sonne steht, bitteschön, im zehnten Haus im Zwilling. Naja, Zwilling haben wir schon besprochen bei Merkur. Es geht um Kommunikation. Zehntes Haus heißt, das wird, wenn es passiert, bestimmen für alle. Also das ist nichts, was irgendjemanden kalt lässt. Also wenn dieses Ereignis eintritt, wenn das eintritt, dann wird das Bestimmen für alle werden. Mit der Sonne im zehnten Haus. Zehntes Haus ist Steinbockhaus, die Bestimmung. Und dieses Ereignis, das dann die Kommunikation betrifft, wird dann bestimmend für alle. Wo haben wir Einschränkungen? Wir haben ein Halbquadrat zur Venus rauf und ein Halbquadrat zu Jupiter. Venus steht im elften Haus, im Löwen, also in der Gemeinschaft. Das heißt, da wird die Gemeinschaft eingeschränkt werden. Und der Jupiter, der steht im achten Haus, im Stier momentan. Und das bedeutet auch, dass man quasi diese Verbindung, diese, also Jupiter ist ja auch so die Philosophie, die Vision ist eher Wassermann. Aber Jupiter ist auch so dieses Innere, die innere Suche, also die innere Ausweitung, also der Wunsch nach einer Ausweitung, nach einer Verbreiterung. Und das steht da im achten Haus, im Skorpionhaus. Und da sagt man dann auch, auch das ist dann eingeschränkt. Also das ist dann so die Einschränkung von Austausch, auch mit anderen. Auch die Einschränkung, womöglich so die eigene Meinung da kundzutun. Also da haben wir auch diese zwei Halbquadrate drauf, Venus und Jupiter. Und da geht es auf jeden Fall dann eben um die Gemeinschaft, wie wir leben wollen, wie wir uns austauschen wollen. Und also auch das sieht man da recht gut an der Sonne. Und ja, jetzt ist natürlich die große Frage, wie geht es denn aus? Und der Ausgang, also die Finalität ist ja dann auch im zehnten Haus zu sehen. Das heißt, es ist wieder Zwilling und dann wieder der Merkur, den haben wir schon analysiert. Das heißt, es geht dann um die Kommunikation. Also egal, wie es dann stattfinden wird quasi, es geht um die Kommunikation, es geht um das Thema Kommunikation und es wird dann auch wieder hergestellt werden. Und das ist jetzt nicht so das Riesending. Also auch wenn es was hat, es wird wieder hergestellt. Aber man sieht an der astrologischen Sprache, am astrologischen Ausdruck, wenn du dich dieser Sprache bemächtigst, dann kannst du dir die Qualitäten eines Zeitgeists herleiten. Und das ist doch cool. Und das ist ja für mich so der Sinn der Astrologie. Das ist ja auch so das Beseelene der Astrologie, wenn man sich die Themen anschaut, wenn man sich die Energien anschaut, die da ein bisschen mitwirken, hinter solchen Horrormeldungen. Kann man da jetzt sagen, naja, wann wird das jetzt passieren? Gibt es da einen Zeitrahmen oder nicht? Das ist so eine, das ist eine Deutungsfrage, da möchte ich heute nicht darauf eingehen. Vielleicht mache ich mal ein Video dazu, wenn es dich interessiert. Aber momentan ist das Theorie. Also da ist jetzt nichts, was in die Materie reingeht von diesem Horoskop raus. Also da ist jetzt nichts, was unbedingt in die Manifestation gehen wird, in das Körperliche reingehen wird. Das ist alles nur in der Theorie und in der Meinung und ist derweil einmal draußen. Wie komme ich auf das, wenn du da runterschaust? Diese ersten drei Quadranten, eins, zwei, drei, sind definitiv leer. Also das heißt, wir haben so diese Manifestationsquadrant, der ist dabei leer. Deshalb geht es für mich jetzt nicht um ein physisches Ereignis, sondern es geht um eine Theorie, die, wenn sie so kommt, also eine Forschungsarbeit zum Thema Kommunikation, die, wenn es so weit kommt, für alle bestimmend wird. Und das kann man ja wohl sagen, wenn das Internet crasht, wenn es da so eine Internetapokalypse gäbe bei uns, dann ist das natürlich für uns alle bestimmend. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber man sieht es im Horoskop und das ist das Coole. Also ich kann dich nur dazu einladen, beschäftige dich mit Astrologie und beschäftige dich nicht nur mit irgendwie so, ja da kommt diese Energie und da kommt jene Energie mit so einem Monatsvorschau. Die mache ich auch, ich weiß. Aber das Coole ist ja wirklich, stell dir einfach mal vor, es gäbe eine Sprache, wo du wirklich Frequenzen wahrnehmen kannst, wo du das herleiten kannst, wo du Themen in einer anderen Wahrnehmung einfach auch aufnehmen kannst. Und das ist für mich die Astrologie. Natürlich mache ich über die Energiearbeit, über die Chakrenarbeit, was ich auch alles mache, habe ich ja schon mehrere so mystische Systeme angeschaut. Aber das ist natürlich eine ganz klare Sprache, die man auch lernen kann. Und ich merke es ja auch bei der Astrologie insofern, an der Astrologie scheitern viele Leute, die brav lernen können. Also die, die ganz brav lernen, die einfach, ich lerne das jetzt und dann kann ich es, die sind zwar dann vielleicht gute Theoretiker, aber da fehlt dann die Intuition. Und umgekehrt, wenn ich sehr gute, intuitive Leute habe, die sind, das meine ich nicht böse, oft zu faul, die Grundlagen zu lernen und scheitern dann daran. Das heißt, das ist so eine Mischung aus, man muss strebsam sein, man muss Dinge lernen, man muss Grundzusammenhänge verstehen und erlernen können und dann die Intuition draufsetzen. Und das ist bei der Astrologie so etwas Einzigartiges. Und man kann dann natürlich auch diese astrologischen Informationen, wie du gerade bei diesem Video gesehen hast, erden. Und so kommt man auf astrologische Aussagen, so komme ich auf astrologische Aussagen. Wenn ich mir das anschaue, wie ist das in der Sprachlichkeit der Astrologie verpackt, wie ist das in die Glüven verpackt. Wenn ich dich ja ein bisschen auf die Astrologie anfixen konnte, was vielleicht in dir wirkt, kannst du mal schauen, du kannst bei mir Horoskope bestellen, deine persönlichen Horoskope natürlich auch. Und ich arbeite auch an einer astrologischen Ausbildung, an einem Online-Kurs, der hoffentlich bald mal was wird. Also halt einfach die Uhren gespitzt, wenn, dann sage ich es dir eh hier auf diesem Kanal. Und ich bin gespannt, was du jetzt dazu sagst, also was dir dazu einfällt, zu diesem Thema. Und ja, ich freue mich natürlich, wenn wir uns bald wiedersehen. Lass mir gerne einen Daumen hoch da, abonniere meinen Kanal, teile das Video und habe eine gute Zeit. Habe ein wunderschönes Wochenende, wenn du dir das Video am Freitag anschaust. Und ich hoffe auf eine gute Abkühlung. Vielleicht kannst du ja mal in den See springen oder noch besser irgendwo ans Meer fahren. Alles Liebe, aus dem wunderschönen Linz, dein Oliver Erini. Tschüss. 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 Tschüss.